Hallo, so, diese Breze, schau mal, diese Breze habe ich mir vergoldet mit Farbe, weil ich habe sie so lange gebacken, dass sie sein Stein hat, also, und darum mache ich, habe ich sie mir vergoldet, weil ich will jetzt hier, schau, ich habe ein altes Bild gefunden, Leinwand auf Holz aufgezogen, so, schau, das ist ziemlich alt, das ist 1980 habe ich das mal angefangen, so, mit der Holzillusion, und jetzt male ich hier einen Zettel drauf, da wird es stehen, nach dem Goldrausch, und hier diese Breze,